Hi Leute, ich bin Pascal und heute teste ich zum ersten Mal Haarfasern. Früher hatte ich immer volles Haar, doch seit einiger Zeit habe ich vorne am Ansatz immer lichteres Haar. Das gefällt mir einfach gar nicht und heute möchte ich versuchen das zu kaschieren. Shakeover ist einfach anders, da es nachhaltig in Europa produziert wird. Das ist mir schon extrem wichtig. Also auf der Rückseite steht eine schnelle Anleitung. Da scheint dir recht easy zu gehen. Erster Step, Shake. Die Verpackung sieht schon mal vielversprechend aus. Der Applikator soll wohl die Fasern besser verteilen. Ok, dann mal los. Step 2, Sprinkle. Step 3, Tap. Der Unterschied ist krass. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so natürlich aussieht. Step 4, Fix. Das ist ja leichter als ich gedacht habe. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Shakeover so einfach in der Anwendung ist und so einen krassen Unterschied macht. Ich kann das Produkt echt nur empfehlen.